Ich bin sehr ehrgeizig, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann sehe ich das auch durch von Anfang bis Ende. In the still of the night Es ist so gut, dass du weiterkommen solltest. Meine Ziele sind halt, Sänger zu werden. Mama, ich hab's geschafft. Also mein Traum ist es, mit Jida Bohlen zusammenzuarbeiten, aber dazu muss ich erst unter die letzten zwölf kommen. But I can't help falling in love with you. Like a river flows, surely to the sea, darling so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I, I can't help falling in love with you. Ja, Gunther, vielen Dank. Für mich bist du wirklich ein ganz, ganz großes Talent. Du bringst alles mit, was, glaube ich, so ein Star mitbringen sollte. Ich hab da mal wirklich für dich gekämpft und ich werde auch weiter für dich kämpfen. Dankeschön. Gunther, optisch auf jeden Fall stelle ich mir so einen Superstar vor. Gesanglich, muss ich sagen, leider heute Abend nicht so. Das Original von Elvis ist natürlich unschlagbar, nahezu unschlagbar. Und da, das ist noch eine andere Kampfklasse. Gunther, ich weiß, damals während des Castings, habe ich gedacht, das reicht höchstens für so eine Boyband. Dann beim Recall war ich so was von begeistert von dir. Ich fand dich richtig klasse. Heute fand ich dich besser als im Casting, aber nicht so gut wie im Recall. Also, ich war nicht ganz so zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Bin mir nicht ganz sicher, aber es war eine tolle Nummer. War eine ansprechende Leistung, vielleicht keine super Leistung, aber eine ansprechende Leistung. Und dein Fahrer soll weiterhin stolz auf dich sein. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss. 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 Mach mal gucken. Setz dich. Danke. Wie fühlt man sich jetzt? Ich bin schon ein bisschen erleichtert. Was heißt ein bisschen viel erleichtert? Ja. Na ja, mal abwarten, was das Publikum sagt, wie das Publikum entscheiden wird. Da kommen wir genau zu dem Punkt. Yvonne, darf ich dich mitnehmen? Ja, sehr gerne. Wir drücken euch zehn jetzt schon mal die Daumen, sagen, danke, es war toll. Und weißt du, was jetzt kommt? Ja klar, also ich meine, alle zehn Kandidaten haben gesungen. Du meinst, ich habe jetzt diese Ehrenvolle Aufgabe, aber dieses zu verkünden. Okay. Das mache ich doch sehr gerne. Also, der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen heute Abend, das ist Kimi. Kimi. Oh, you might need somebody, you might need somebody too. Okay, kommen wir zur Mitte. So, Kimi, jetzt machen wir es ganz, ganz offiziell. Wir zeigen dir jetzt unsere Grafik. Und auf dieser Grafik sind schon vier Gesichter zu sehen. Nämlich Jessica, Denise, der einzige Mann, Ricky und Judith. Und jetzt, jetzt ist es ganz offiziell, dein ganz, ganz traurig auf das Lächeln. Jetzt einmal lächeln. Bitte, Kimi. Mit Tränen. Kommt jetzt dazu. Jetzt bist du ganz offiziell die Fünfte im Bunde. So. Hast du es gesehen? Und jetzt kommt der Kandidat, den die Zuschauer auf jeden Fall in den Motto-Shows sehen wollen. Ja, jetzt kommt da der große Moment des heutigen Abends. Denn die meisten Stimmen am heutigen Abend, das heißt der Kandidat von euch, der sich in die Herzen der Zuschauer gesungen hat, heißt Benjamin. Ja, jetzt kommt der Kandidat von euch, der Kandidat von euch, der Kandidat von euch. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist...